Alan Gaffield oder Alan Gorwitz ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Gaffield wurde als Sohn von Alice und Philipp Gorwitz in Newark geboren. Dort absolvierte er auch die High School. Bevor Gaffield Schauspieler wurde, arbeitete er als Sportreporter und Amateurboxer bei den Golden Gloves. Bei Lee Straßberg und Elia Kazan studierte er am Eck das Studio in New York Schauspielerei. Bevor er zum Fernsehen kam, trat er auf der Theaterbühne auf. Bis heute trat er in rund 100 Filmen und Serien als korrupter Geschäftsmann, Paranoid oder Politiker auf. Bekannt wurde er insbesondere mit den Filmen Beverly Hills Cop 2, Der Stand der Dinge und Bis ans Ende der Welt. Gaffield ist auch als Schauspiellehrer tätig. Er unterrichtete beispielsweise Quentin Tarantino, Filmografie, 1970, High Mom, 1970, Taking Off, 1970, Die Eule und das Kätzchen, 1971, Benennos, 1971, Schrei Onkel, 1972, Lern unseren Hasen kennen, 1972, Bill McKay, der Kandidat, 1974, Der Dialog, 1975, Nashville, 1976, CRASH, 1978, Skateboard, Der Film, 1980, Der lange Tod der Stuntman-Kämmerin, 1981, Zwei wie Katz und Maus, 1982, Der Stand der Dinge, 1982, Einer mit Herz, 1983, Get Crazy, 1984, Cotton Club, 1984, Die Aufsässigen, 1987, Beverly Hills Cop 2, 1990, Dick Tracy, 1991, Bis ans Ende der Welt, 1999, Die Neun Pforten, 2001, The Majestic, 2002, White Boy.